Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Zootour hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Idien und wir schauen uns heute den Savai Madopur Zoo an. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber ich denke mal schon. Laut der Steam-Beschreibung ist dieser Zoo relativ alt, also beziehungsweise damit will ich sagen, dass der ziemlich knapp nach Release hochgeladen worden ist und den schauen wir uns heute mal an. Laut Screenshots hat man auf jeden Fall dieses schöne Gebäude im Hintergrund gesehen und ich hoffe, der Zoo überrascht uns, was es hier zu bieten hat. Also, diesmal nicht wirklich so ein Standreingang, wie man sehen kann. Wir gehen auf jeden Fall durch den Spawnpunkt direkt in das erste Gehege und so wie es aussieht, ist es ein begehbares. Oder hat es hier natürlich als Eingang genutzt? Ich weiß es nicht, aber wir laufen einfach mal hinein und gucken, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall einen schönen großen Garden, man merkt es. Sieht eher nach indischem Style aus, vor allem wenn dieses Gebäude im Hintergrund ist. Erinnert sehr indisch. Und hier muss irgendwas sein, weil die würden hier nicht rumstehen und begutachten. Auf jeden Fall hier Pfauen in einem Brunnen, okay. Ja, sieht aus, wie laufen die hier nur rum mit dem Brunnen. Oh, dann hätte ich nur noch einplatziert, damit die hier so stehen und einfach die Landschaft begutachten. Aber da man ja sehen kann, dass sie hier rumlaufen, ist das anders. Ich weiß halt nicht, wo die überall rumlaufen können, aber das spielt ja keine Rolle. Hier hat noch ein kleines Dächchen gebaut, mit dem Baum verbunden. Habe ich auch noch nie so gesehen. Okay. Hier noch einen und dann geht es hier wieder raus. Also drei Eingänge auf jeden Fall von allen Seiten. Okay. So. Der große indische Tempel. Schöne Säulen. Sehr, sehr schöne. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen links herum. So. Ich habe es nur ganz grob kurz von oben gesehen. Also ich weiß nicht, was uns alles hier erwartet. Das sehen wir gleich. Auf jeden Fall hier eine Menge Flamingos. Ein bisschen unrealistisch, dass hier keine Stützen sind. Also quasi hängt der Weg in der Luft. Das ist ein bisschen blöde. Ja, das habe ich gerade gesehen. Aha. Fee platziert. Definitiv. Ja, ich weiß, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, dass man Wege über die Gehege platziert. Das finde ich jetzt nicht so schön, aber das ist Geschmackssache. Ja, hier ist der Eingang vom Gehege. Ich dachte gerade, dass es ist... Okay, aber ziemlich leer, würde ich sagen. Nicht gerade wirklich ausgearbeitet. Nichts Besonderes. Egal, wir gehen weiter. So, was haben wir denn hier? Links oder rechts? Geht es kurz oben rum, da geht es hier drüber. Also ich würde sagen, wir gehen nach links. Ganges Gaviale. Aber auch wieder viel zu kahl, finde ich. Mein Geschmack. Viel zu kahl. Gehe dieses... Dieser Bereich hier ist cool. Vor allem mit diesem würfelartigen Felsen. Optimal. Hier als quasi als Schlafplatz. Hier hätte man vielleicht noch ein Dach drüber setzen können. Aber sonst... Ja, da fehlt viel zu viel aus meiner Sicht. Okay, das Schild hat auch gut gestaltet. Sieht gut aus. Aber hier das Gehege an sich. Watschel, 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 watschel. Hätte man mehr draus machen können. Okay, wir gehen einfach mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Auf jeden Fall hat er hier alles indisch gehalten. Man merkt. Bisschen zu viel Lampen, finde ich. Da hätte man wirklich hängende Lampen dran machen können, statt diese stationäre. Ich bin eh kein Fan davon, wenn man diese Standardlampen mitten in den Weg stellt. Da bin ich kein Fan davon. Gehen wir mal zurück, weil wir sind ja kurz außenrum gelaufen. Aber in den ähnlichen Gebäuden hat er es wirklich Trauer. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das aus dem Workshop ist oder ob er es selber errichtet hat. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Okay, da waren wir gerade. Wir laufen dann hier entlang. So, in der kleinen S-Meine vorbei. Vor allem, das ist hier viel zu eng. Das ist alles auf den Haufen gequetscht. Das ist nicht optimal, finde ich. Finde ich nicht gut gelöst. Vor allem, dass die Automaten hier im Weg stehen. Nee. Nee, nee, nee. Wie gesagt, Geschmacksal, aber nicht meine. Wie man es hier sehen kann, das ist optisch sieht es auch nicht top aus, finde ich. An Lampen hat er auf jeden Fall nicht gespart. Man sieht es definitiv. Vor allem hier auf dem Boden auch. Hat einfach ein... Okay. Hat er quasi einfach nur den Laden hier rein platziert, damit die Leute hier wenigstens nach oben gehen. Aber das ist quasi unnötig irgendwie, dass hier oben irgendwas ist. Das ist echt unnötig. Also ich glaube, der hat nicht wirklich viel... Also hat er alles sporadisch, denke ich, mal gemacht. Aber das sieht jetzt mal wieder gut aus. Also da kann ich jetzt nicht meckern. Das ist auf jeden Fall ein optischer Augenschmaus. Auch hier das oben, das ist nicht so gut gelungen. Und sonst hier finde ich es nicht schlecht. Sehr gut gemacht. Quasi auch hier die Bordsteine oder je nachdem, was da halt ist. Mit den Sachen hier abgesteckt. Und es ist sehr verwinkelt. Sehr, sehr verwinkelt. Mal gucken, was hier oben ist. Ja, hier hat er dasselbe Problem. Oder dasselbe nochmal gemacht. Bin hier gerade nicht durchgekommen. Ja. Genau hier hat er das gleiche gemacht. Es ist nicht gut gelöst, würde ich sagen. So. Der Tempel sieht aber top aus. Der sieht echt gut aus. Ich weiß nicht, ob es ein Workshop ist oder selber. Weil theoretisch sieht hier jedes Gebäude eigentlich relativ gut aus. Okay, hier hätte ich die Wege eher anders gemacht. Damit das hier nicht so entsteht. Oder ich hätte den Bordstein abgedeckt, weggemacht und quasi Platten drüber gesetzt. Dann würde das hier wahrscheinlich auch bei es aussehen. Aber der hat es auf jeden Fall übertrieben, finde ich, mit den Lampen. Dann hätte ich wirklich die Lampen mal in die Gebäude gesetzt. Dann würde es nicht so übertrieben aussehen. Das ist hier so richtig ein Buddha-Tempel. Sieht echt cool aus. Wir hätten das Mitarbeiter. Was haben wir denn hier? Ein Kadon. Ein Kadon ist hier drin. Ne, ne, ich weiß es nicht. Wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Und so wie wir sehen können, ist hier nichts. Okay. Oder kann man noch auf eine Plattform? Also ein Tiger ist hier drin. Ein Königstiger. Auf jeden Fall mit Soundkulissen hat er auf jeden Fall auch gearbeitet. Man hört es gerade. Ach, da hinten schwimmt er. Okay. Bäumenmäßig gut. Aber hier hätte ich jetzt viel, viel mehr Fels noch mit reingemacht und dann noch alles mit Gestritt ausgekleidet. Das würde hier richtig viel ausmachen. Und ich glaube, dieser Baum ist aus dem Südamerikan Park. schon hier hat er danach noch weitergemacht, bin ich mir aber sicher. Aber sonst wäre dieser Baum hier nicht drinnen. Okay. Geldautomaten wieder. Oh, da können wir sogar rein. Okay. Das finde ich auch immer cool. Moment mal. Ich glaube, dieses Gebäude ist aus dem Workshop, weil es kommt mir ziemlich bekannt vor. Vor allem ist man hier links diese Statue, da beschlackt glaube ich was anderes, aber hier rechts auch. Ich glaube, dieses Gebäude ist aus dem Workshop. Wenn ich mich nicht täusche. Okay, es kann auch von ihm sein, jemand anders hat es übernommen. Ich weiß es leider nicht. Auf jeden Fall kommt mir dieses Gebäude sehr bekannt vor. Aber spielt ja keine Rolle. Es passt hier optimal hinein. Und ich habe ja nichts dagegen mit dem Workshop-Dinger benutzt. Mache ich natürlich auch selber. Und ich tue es natürlich auch wiederum selber verzieren außenrum, etc. Und das ist, ja, es sind nicht alle top bei Gebäuden bauen. Ich bin auch nicht der Profi darin, weshalb ich auch immer wieder Sachen da herunterlade und ausnutze. Das machen mit Sicherheit viele. Das ist hier, glaube ich, auch fehlplatziert. Die Ruine und dieses Gebüsch gezäunt, vor allem es hängt in der Luft. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall fehlplatziert. Naja, das auch. Okay. Oh, guter Tempel, da kann man irgendwie rein, oder? Ja, das ist definitiv aus dem Workshop. Das hängt auf jeden Fall in der Luft. Das hat er nicht optimal platziert. Oh, top. Richtig schön. Hä? Das ist noch ein Eingang. Ah, der hat zwei Eingänge. Ah, okay. Gut zu wissen. Oder war das der Haupteingang? Das war der Haupteingang. Ich habe an der falschen Stelle angefangen. Okay. Ja, nicht. Ach, ich weiß nicht. Mag ja sein, da hat er vielleicht zwei Dinger draus. Aber hier sieht man es nochmal. Savai Madupur. Also habe ich auf der falschen Stelle angefangen, aber das spielt ja keine Rolle. Ich war ein bisschen irritiert, weil er auf der anderen Seite nämlich auch diesen Spawnpunkt hatte. Ah, gut zu wissen. Okay. Dann laufen wir schnell zurück. Auf jeden Fall hat man dann hier so eine kleine Allee, bevor man irgendwo anders ankommt. Dann ist der Tiger quasi das Starttier und nicht dieser Frau. Okay. Hier ist nochmal der Buddha-Tempel. Hier ist nichts drin, ich dachte schon. Hier geht es nicht weiter. Dann nochmal an die Allee. Warum regnet es eigentlich jetzt? Ich finde es halt detailmäßig richtig gut, wie das Ding hier auf dem Boden plätschert. Im Gehege oder allgemein auf der Erde sieht man ja sogar noch die ganzen Wasserpfützen. Okay. Gucken wir einfach mal weiter, wo es noch lang geht. Auf jeden Fall in diesem großen indischen Tempel. Ich weiß nicht, ob man da rein kann. Gucken wir einfach mal. Ich glaube, das ist einfach nur für außen eine Kulisse, quasi Deko. Okay, noch nichts. Auf jeden Fall sehr viele Gebäude platziert, das ist wichtig. Das ist auch ein wunderbares indisches Gebäude, aber mittlerweile glaube ich hier wirklich, dass vieles aus dem Workshop ist. Aber trotzdem, je nachdem, dieses Gebäude sieht wirklich cool aus. Gefällt mir sehr. Aber ich glaube, das ist ein leichtes Problem mit der Wegführung gehabt. Quasi hat er nicht wirklich mit den Rasterpuppen gearbeitet, sondern wirklich einfach mit großen, breiten Wegen. Deshalb das alles so ein bisschen komisch aussieht. auf jeden Fall ein großes, großer Tor und großes Tor. Ja, das ist definitiv so ein Workshop, das kenne ich. Sowas, sowas verballert niemand irgendwie seine Zeit, um wirklich so detailrache Sachen zu machen, auch so, so richtig großartige YouTuber, die das auch mit dem Speedbild aufnehmen. Ich zumindest, aus meiner Sicht, würde sowas nie selber machen. Außer wenig aufgehört zu regnen. Okay. Können die Elefanten nicht hier ausbrechen? Bin die gerade ein bisschen irritiert. Oder können die überhaupt hoch? Okay, sehr verwirrend. Wo ist einer? Hier, komm mal her. Die können hier gar nicht runter. Ah, okay. Man hat es sich ja schon erledigt. Hier ist es schön bewurrt. Hier hat es echt gut gemacht. Ah, da wird gerade auch nicht verfolgt. Okay. Noch schöner bedacht mit ein paar Teppichen. Der Wasserfall sieht top aus. Der sieht echt cool aus. Und dann da oben könnte es wahrscheinlich auch noch sein. Wenn sie da oben stehen, kann man sie von unten beobachten. Der Wasserfall, der ist echt schön. Sehr, sehr schön. Und die Elefanten haben wir ja schon gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die hier hin können. Wir waren im hinteren Bereich. Das hat er gar nicht so bedacht. Ist ein Mitarbeiter? Man sieht die Wegführung. Die ist einfach nur Zickzack-Modus. Ist auf jeden Fall von Frontier, das weiß ich. Das sind die Standardgebäude. Okay, die glaube ich auch langsam das aus dem Workshop sind, weil der hätte die alle Copyright, alle kopiert. Ich weiß nicht, wo es noch lang geht. Jetzt nochmal eine kleine Anhöhe mit dem U-Tan. Da hat er sich wenigstens jetzt Mühe gegeben. Man sieht, hier hat er immer noch Felsen platziert, das ganze Gestrüpp nochmal eingesetzt. Das hätte er mal bei einem Tiger auch machen können. Hätte man dort mit Sicherheit viel, viel mehr, wenn es optisch dargestellt, viel, viel besser. Das Gebäude auf jeden Fall selber richtet, man erkennt es sofort. Einfach ein paar Baumstämme rein zum Klettern. dann reicht das schon völlig aus. Ich glaube, mehr viele haben wir auch nicht mehr. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, das ist mal wieder echt übertrieben mit den Lampen. Ein richtiger indischer Buddha-Tempel wieder. Ich gehe davon aus, das ist definitiv aus dem Workshop. Ja, aber je nachdem, der Baustier von diesem Gebäude ist nicht. Klasse. Da sind Krokodile drin, aber hier hat man wieder dasselbe Problem. Sehr, sehr kahl. Und eine kleine Plattform. Okay, links Krokodile, rechts haben wir das Panzer-Nashorn. Ich habe das wieder anders gemacht. Einfach mal ein paar Pflanzen rein. Da sehen die Gehege komplett anders aus als hier. Hier ist es einfach nur kahl. Von der Mauer gehen wir mal runter. Wahrscheinlich stoßen wir wieder auf die andere Seite zu. Da sehen wir wir noch. Er hat auf jeden Fall noch eine große Meile errichtet. Und noch ein Spawnpunkt. also hat er drei Eingänge platziert. Okay. Das ist gut zu wissen. Finde ich nicht schlecht, weil dadurch kann sich nämlich die Besucherzahl ziemlich schnell verteilen. Statt alles auf einen Haufen zu stehen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Vor allem ist es so schräg runde, aber da hat sich keinen Durchgang gemacht. Das verschwendet das Potenzial dahinter. Kommen nochmal hoch. Um die Tiere anzugucken. Es sind Personale. Ja, guck mal, man sieht, er hat es nicht hier richtig hinbekommen. Das Ding hat auf jeden Fall es einen Workshop. Definitiv. Man sieht hier, der Weg geht hier nochmal raus. Das ist nicht passend. Der hätte mehr mit dem Raster arbeiten müssen, dann hätte es auf jeden Fall funktioniert. Okay, also mittlerweile glaube ich wirklich, dass jedes Gebäude aus dem Workshop ist. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit, aber ich glaube, es ist einfach so. Okay, wir sind hier wieder am Start und ich beobachte das jetzt mal von oben. wenn man ganz raus war, hier war der Eingang, der Erste, hier der Zweite und hier der Dritte. Okay. Dann hat man hier den Pfau mit dem schönen Garten. Man sieht, die laufen nur oben rum. Wahrscheinlich können die gar nicht hier raus. Obwohl, doch. Okay. Dann hat man hier den großartigen Tempel. Okay, ich glaube, den hat er sogar selber gebaut. Schätze ich jetzt mal. Mitarbeiter. Ich gehe mal links rum wieder. Hier davon, sowas bin ich nie ein Fan, dass man das übers Gehege macht. Vor allem ist es eher unrealistisch, weil da die Stützpfeiler fehlen. Hier ist auch sehr krank, bis auf die stellliche sowas. Das hätte viel, viel mehr machen können. Damit sich hat vier rausgehauen. Die Scheiben hier ergeben gar keinen Sinn eigentlich. Aber je nachdem. Wir produzieren irgendwo welche Leute. Dann hier der Bereich innen. Top. Kann ich nicht meckern. Nur diese Wege hier ergeben für mich keinen Sinn. Also man hätte sie vielleicht so komplett durch gemacht. Dann hätte man das vielleicht noch machen können. sonst nicht. Das Tiergehege ein bisschen zu kahl meiner Seite. Viel zu wenig gestrüpp. Und dann hier das Ding was mitten in den Weg platziert ist. Definitiv Workshop. Definitiv. So, dann gehen wir nochmal zurück. Also viele Tiere hat er auf jeden Fall nicht. Lass wir mal gucken. Ich glaube die Elefanten kommen hier gar nicht hoch. Oh doch. die können immerhin bis auf hier. Da können sie halt nicht ausbrechen. oder Wasserfall den hat er brillant gelöst. brillant. Vor allem weil das einfach nur aus den Felsen rauskommt. Oh ich hänge ja okay nochmal zurück so. Sonst was haben wir hier noch da waren die Nashörner. Schade hier hat man zum Beispiel irgendwie durch durchgang machen können wo man die Tiere von innen noch beobachten könnte. Okay das gut gelöst mit den Felsen als Abstützung sozusagen und dann hätte ich die Erde da weg gemacht. Die Seite sieht doch gut aus und die Seite nicht finde ich aber hier ist auch zu kahl das Gebäude ist auf jeden Fall aus dem Workshop und dann haben wir noch dieses Uran-Utan-Gehäge das hat aus meiner Sicht am besten hinbekommen ich will jetzt nichts sagen aber nicht dass das Gehege auch aus dem Workshop ist aber ich gehe es mal davon aus nicht weil hier hat er wirklich die Felsen perfekt platziert das gestript optimal hineingesetzt hier noch wirklich mit dem Terran-Tool gearbeitet mit dem Pinsel man sieht es hat auf jeden Fall etwas hier hätte ich vielleicht noch was drunter gesetzt aber je nachdem was haben wir denn noch ich glaube das war es doch schon jo ich glaube hier habe ich auf jeden Fall nichts mehr verpasst nö jo auf jeden Fall sehr indisch gehalten teilweise nicht schlecht hat zwar leicht seine Macken noch überall aber es lässt sich ansehen würde ich jetzt mal sagen und hier ist irgendwas ausgebrochen ich höre es so ich nehme einfach mal so die Perspektive so ist klar oder ja ich lasse es mal so okay so das war es natürlich mit dieser Zootour ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ihr lasst mir natürlich einen Daumen nach oben dann gibt mir vielleicht noch ein Abo da um keine weiteren Zootos mehr zu verpassen und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bleibt gesund euer Edian Ciao